Ich bin ein starkes Bündnisschmieden, um ein Königreich zu festigen. Das ist ein Königreich, sagst du? In der Tat, Nordsexe. Und ich bin sein erster König, Eckwald. Und als sein Oberhaupt suche ich nach Verbündeten, um stärker zu werden. Königreich? Diese Insel hier? Ja, von Küste zu Küste. Meine Brüder und ich sind vor ein paar Monaten auf dieses herrenlose Land gestoßen, das unserem Ehrgeiz angemessen erschien. Leider sind meine Brüder kurz darauf bei einem furchtbaren Sturm versunken, samt unserer Reichtümer. Zu ihnen gehörte ein Armreif. Ich biete dir im Austausch gegen diesen Armreif meine Treue an. Finde den Reif im Wrack und du kannst deinen König, deinen Freund nennen. Ein guter Armreif kann so wichtig sein wie Blut im Herzen. Wenn ich ihn finde, sage ich Bescheid. Wunderschöne Untertitelung des ZDF, 2020 Meiner wurden schwurreif, meines Königs würdig. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe deinen Arm reif gefunden, im Wrack deines Schiffes. Bei allem, was groß ist. Ich kann meinen Augen und Ohren kaum trauen. Jetzt stehst du im Bund mit dem Königreich Nordsechse. Kann er mal sehen? Ich fühle mich geehrt, ein Bündnis mit dir einzugehen, König Eckwald von Nordsechse. Möge deine Herrschaft lang sein. Danke. Und so wie du mir verbunden bist, bin ich auch dir verbunden. Sollte ich jemals über ein Heer verfügen, steht es dir zur Verfügung. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020